Damn son, isn't that enough? So, was genau aber stattdessen kommt, das verrate ich noch nicht. So, darum dachte ich mir, passt so eine kleine Survival Games Runde trotzdem noch. So, schauen wir mal. Wir spielen auf Rennschnitte, die Map ist Creepy Island. Und ja, warum hier und warum das diese Map, das ist eine meiner Lieblingsmaps. Und ja, ich bin nun mal, ich spiele nun mal gerne auf Rennschnitte, weil es eigentlich meist relativ flüssig läuft. Und 12er Maps auch machbar sind, zumindest die meiste Zeit. Ihr seht zwar, ich laufe dieselbe Route wie in dem ungeschlagen Video, wo ich hier auch Creepy Island genommen hatte. Aber, was soll ich machen, das ist nun mal meine Route. Da kann ich euch ja nun nicht jedes Mal eine neue zeigen. Es sei denn, ihr wünscht euch Routenvorschläge. Das wäre natürlich auch noch so eine lustige kleine Sache. Würde ich machen, wenn ihr das wollt. Ich würde alles machen. Alles machen, nur wenn ihr mich dafür mögt. So, natürlich nicht. Knappes Ding, ne? Ich meine, nur durch die Waffe hat er da ordentlich Damage machen können. Aber egal. Gewohnen ist Gewohnen. Ein Glück kannte der sich nicht so richtig aus. Mir leckt es heute auch so ein bisschen hier, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht hätte ich auch nicht einfach loslegen sollen, ohne vorher mal zu testen, wie flüssig es heute für mich auf Rennschnitte läuft. Weil es ist ja nicht jeder Tag gleich. Was ist das bitte? Gut. Schenk, nehme ich den gerne mit. Was war das? Vielleicht bin auch nicht ich am Längen, sondern der Server. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Falls ja, tut es mir sehr leid für denjenigen, den ich da gerade getötet habe, aber du hättest es sicherlich nicht anders gemacht. Oha, und er hätte mir mit seinem Equipment ordentlich Schaden machen können, ne? Möchte ich mal so sagen. Wer weiß, was das gewesen ist. So, zwei Leute schon... Zwei von vier habe ich getötet. Das ist doch schon mal ein guter Schnitt von vier, die weg sind. So, warum renne ich denn überhaupt schon weg hier? Ich kann doch hier noch ein paar Kisten looten. Ich war zum Beispiel noch nicht an der Kiste. Die ist aber leer. Ich war noch nicht an... Da wollte ich rein, da oben. An der Kiste. Oh, siehst du? Schöner Helm. Bisschen Kuchen kann ich nebenbei auch noch essen. So. Dann fühle ich mich doch gleich schon ein bisschen besser equipped. Nur wegen dem Helm. So. Oh! Ja, was? Wo kommt ihr denn plötzlich her? Den einen habe ich. Den anderen auch. Team zerstört. Schön. Und, äh, weshalb? Weil ich jetzt die bessere Waffe hatte. Hehehe. Ne, den Goldapfel brauche ich hoffentlich jetzt nicht essen. Hä? Aber der eine wurde von seinem Kumpel getötet. Mh, wie doof. Trotzdem hatte ich das Team zerstört. Der hat das ja nicht mit Absicht gemacht. Hehehehe. Schade. Allerdings hätte gerne noch den Kill mit dazu bekommen. Äh, wegen Statistik und so. Wegen Rangsteigen und haste nicht gesehen. Weil, äh, auf Rennstütze ist es ja so. Man hat da so eine bestimmte, ähm, so eine bestimmte Skill-Anzeige. Oder einen bestimmten Skill hat man halt selber. Und man muss, äh, deutlich mehr Leute töten als, äh, das ist ja aber meist so. Ähm, damit man halt, äh, mehr Skill dazu bekommt. Zumindest in den oberen Rängen. Ich zum Beispiel muss meistens, äh, mindestens, äh, drei normale töten. Also mit normale meine ich keine Leute auf den ersten 100 Plätzen. Mindestens drei oder vier Leute, damit ich vom Skill her ein bisschen steige. Und, äh, ihr könnt euch aber vorstellen, dass natürlich auch nicht jede Runde bei mir gut läuft. Und, äh, dadurch falle ich eigentlich in letzter Zeit auf Rennstütze nur noch vom Rang. Ich, meist kann ich mich jetzt gerade so noch halten, aber, naja. Ist natürlich schade, weil vorher war das halt nur so ein, so ein, ja, war halt mehr so eine Ausdauersache. Wenn du halt viel gespielt hast, dann bist du halt auch vom Rang gestiegen. Fand ich eigentlich ganz gut. Anliebe Lungendrache ist gestorben. Fand ich ganz lustig. Hab ich vorhin noch geschrieben. Geiler Name. Pass auf. Äh, keine Teams. Da, geiler Name. Und dann meinte ich ihn. So. Schauen wir mal. Wenn ich noch jemanden finde, der noch von mir erledigt werden möchte. Ich hoffe doch, dass ich ihn zu... Oh, da hinten. Komm her, du. Was? Wie das rumleckt? Ja, geil. Ach, Rennschnitz ist nur noch am Längen. Es leckt alles. Alles leckt immer. Leck, 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 leck. Scheißegal, die Runde war trotzdem gut. Ich farbschniedel mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr kleinen Affen. Und nach meinem Urlaub kommen auch wieder qualitativ hochwertigere Videos. Denn mein neuer Computer ist da. Wuhu. 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 Vielen Dank.